recht herzlich willkommen zur 77 folge von city skylines ja wir warten darauf dass diese mülldeponie im endeffekt leer wird dies noch 77 prozent voll in der zeit wollten wir aber hier was mit den bussen machen also buslinien aufbauen und ja dafür müssen wir wieder loslegen das ist so ein bisschen das grün am blinken hier das mal weg gerade so ist es die sind glücklich nicht genügend kunden ok wahrscheinlich weil keine kunden dahin fahren können da geht es lang es wird eine umbauaktion definitiv so wir wollen mal gucken dass wir es laufen lassen dann immer mehr so das ist ja gut dass man mal so lassen gut dann werden wir jetzt die muss halt stellen ein bisschen angehen hier ist so ein depot ja die frage kommen mal von da sag ich mal wir sitzen das mal hier an da gehen wir hin und fahren dann in dieses wohngebiet da rein dafür machen wir hier noch eine bushalterstelle hin und fahren dann hier lang da könnten wir hier noch eine hin machen dann würde ich sagen machen wir hier eine hin dort eine hin dort eine hin da lang dort lang da lang halten hier nochmal an oder da halten da nochmal an und schließen den kreis dann würde ich sagen ist hier erstmal fertig hier wird jetzt keiner lang aber den können wir auch dann nochmal da drehen lassen dann würde ich sagen da mal da eine lang da eine lang da eine lang können die da jetzt rum nee da muss gedreht werden da auch fahren da lang dort lang ja da lang nehmen die mit da zurück da zurück und Komma dann Hier lang Da lang Und hier keinen Punkt Wo ich sagen würde Okay, passt Und schließen da Gut So, dann brauchen wir hier noch einer Und da würde ich sagen Starten wir hier Fahren bis da Aber ich glaube jetzt hat es nicht geklappt Die hat er nicht angenommen Okay Dann würde ich sagen Starten wir hier Fahren bis da lang Dort lang Dort lang Da lang Verbinden hier rüber Fahren da lang Da will man dann doppelt fahren Das wollen wir nicht Fahren da lang Warte mal Diese ist verkehrt Fahren da lang Fahr da lang Fahren dort lang Und Da lang Da lang Und dann muss ich sie dort schließen So Auch erledigt Hier ist noch eine Buslinie Da auch Da fährt was Hier ist noch ein Umbaubereich Da machen wir nix Hier oben ist noch was Hier müssten wir noch eine machen Wo kommen die jetzt her Wenn ich hier was hin mache Da ist die nicht geschlossen Wo ist die nicht geschlossen Stopp Irgendwas ist hier falsch gelaufen Okay Das war Die letzte Wo fährt denn die jetzt lang Da Okay Dann muss ich Da schließen So Jetzt ist es passiert Gut Da ist alles okay Hier oben Da fahren wir da lang Fahren wir hier lang Und Fahren hier lang Hier ist keine Sollte Stelle dreht Da fährt aber nicht lang Da lang Und da lang 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 Da 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 kommt danach fährt da lang und schließt da wieder ja sollte so ähnlich funktionieren so jetzt ist noch interessant wie voll ist die bus halt an die bus heute wie vor ist die mülldeponie noch 73 das ist ja ein undegen dass die lehrer wird so jetzt gucken wir mal gerade noch mal wie weit wir damit unser dreieck dahin passen würden das ist wirklich doof dass das einschneppt also ich denke mal wir machen noch was hier diese zwei häuser reißen man da erstmal nochmal weg das bedeutet wir müssen auch die straße da weg machen dann ist das alles gut und reißen das noch mal ein stück ab und das auch noch mal und das mal ein stück mehr der bahnhof muss so bleiben die ziehen schon weg das passt dann die industrie löst sich auch auf auch mal da ist noch ein stück straße was ist das aerodesign ok u-bahn station alles klar muss verschieben kommt hier irgendwo hin eigentlich ne ja das wird schwierig die u-bahn station zu verschieben ja das ist ja die dahin und fertig so jetzt muss aber das alles verlängert werden dann das verschieben einer u-bahn station ist nicht so einfach so und dann müssen wir die bahn hier ändern man das auch eine die über ist in anführungsstrichen jedoch keine verbindung anders hin oder ist okay so fährt jetzt der zug dahin und er oder zeit ist keiner da da fährt da alles klar das netz hat aber keine verbindung zu dem netz auch nicht schön würde bedeuten wir müssten hier noch eine verbindung dahin machen mal so raus und fahren da so rein geht gar nicht anders lassen wir so fertig dann fährt von dort ja komm noch alles im grünen bereich gut das heißt wir fahren hier los fahren nach hier und nach da und dann nach da fahren von dort nach hier nach hier und dann schließen wir ich glaube dann ist gut oder ja wird wohl passen ja wird schon gehen denke ich mal da müssen wir so mal irgendwann erweitern aber das jetzt nicht oder dann sollten wir gucken dass wir unsere straße noch weiterhin kriegen so wie sieht es aus hat die euro die möglichkeit hier irgendwie hinzukommen die rastet immer ein ja nichts nix na weiter abreißen hier machen wir jetzt erstmal die diese straße ist jetzt leider auch am weg und weg das weiß man jetzt gerade nicht ab und wir machen das das heißt da drüben ist immer noch was im weg jetzt nochmal so was ist das für gebäude jetzt hier die straße weg feuerwache ok verschieben stehen wir dahin fertig so feuerwache ist verschoben auf ein neues ja ich kann das super drehen aber irgendwie ist immer diese blöde müll deponieren weg so geht es auch nicht weiß man nicht was das hier jetzt ach so das war jetzt hier eine bahngeschichte busgeschichte liebe nicht weg die bahn sondern erst eine straße wieder hin zu haubern oder was das ist jetzt wir kriegen geht nicht weg das stück tja das ist doof kriege ich nie weg also das ist schon mal eine ganz schlechte geschichte dass man hier ich weiß warum es nicht weg geht weil ich den falschen knopf gedrückt habe so weg jetzt ist gut gut auf ein neues so weg und hier ist auch noch was im weg gewesen so jetzt aber oder sagt mir mal einer warum das jetzt nicht geht da ist doch jetzt nichts mehr oder warum will das jetzt da nicht angeschlossen werden ort ist bereits belegt ist gerade auch blau blinken sehen da kann es nicht sein also da ist nur eine bushaltestelle lass uns die bushaltestelle noch schnell weg machen taxi gibt es jetzt auch ne 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 so gehts so ging es es wird gehen wenn diese schicke mülldeponie weg ist ich weiß ich weiß nur nicht warum es hier nicht geht wahrscheinlich weil hier der zubringer das problem ist ne da geht nicht gut man macht die mülldeponie die die fenster anrein ja auch stoppen es bleibt uns nichts anderes übrig wie hier vollgas zu machen dass das ding leer wird 66 prozent es ist es ist ewig geht auch nicht weniger ne irgendwie gerade hat es mit der müllverbannungsanlage zu tun die hier fehlt die sind ja da da oben ist auch eine würde schneller gehen wenn ich die jetzt daneben baue irgendwo hin so das wieder aus 64 vielleicht waren die jetzt so darüber ne schneller gehts rüber auch nicht schneller gehts rüber auch nicht tja nochmal checken da geht nicht weil da die mülldeponie ist fertig ok dann ist der fehler bekannt es ist zu überlegen ich denke mal ich werde so lange vorspulen bis dieses hier leer ist und dann schauen wir weiter läuft jetzt relativ schlecht eigentlich mit dem geld aber wir haben noch genug Geld Leute ziehen auch weg wahrscheinlich weil hier jetzt so eine schlechte Anwendung zum Beispiel ist aber das ist halt jetzt gerade so können wir nicht ändern müssen wir gucken dass wir was hinkriegen ja schauen wir mal ok dann würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss b damit bin Vielen Dank.